Herzlich willkommen zu unserem ersten Insider Talk, der dieses Mal gleich ein heißes Eisen aufgreift. Unser Thema heute lautet IT-Sicherheitsgesetz, kein Thema für den Mittelstand. Mein Name ist Peter Schmitz, ich bin Chefredakteur bei Security Insider und heute hier Host beim ersten Insider Talk. Als Talk-Gäste darf ich heute begrüßen Prof. Dr. Kempf, Vorsitzender des Vorstands der DATEV-EG und ehemaliger Bitkom-Präsident. Schönen guten Morgen. Und Dr. Oliver Grün, Gründer und CEO der Grün Software AG und Präsident des Bundesverband IT-Mittelstand. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie über die Hangout-Plattform von Google an diesem Talk teilnehmen, dann können Sie auch aktiv daran teilhaben und Fragen an die Talk-Gäste stellen. Verwenden Sie dazu einfach die Frage-Funktion Q&A im Google-Talk-Plugin und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Ebenfalls im Talk dabei als Co-Host ist Oliver Schoncheck, Freie Analyst und Fachjournalist. Und Oliver, gibst du uns vielleicht eine kurze Einführung in das Thema? Ja, sehr gerne, Peter. Auch von mir einen schönen guten Tag. Und wir haben tatsächlich ein sehr spannendes Thema mit dem IT-Sicherheitsgesetz, das ja am 25. Juli in Kraft getreten ist. Und jetzt würde man sagen, ein Gesetz, das in Kraft getreten ist. Wir haben doch hoffentlich jetzt Klarheit, was das bedeutet. Leider ist es nicht so. Also man spürt deutlich eine Unsicherheit, eine Rechtsunsicherheit, kann man sagen. Und das hat doch schon einige Kritik im Vorfeld und auch danach gegeben am IT-Sicherheitsgesetz, unter anderem auf Seiten der Verbände. Und von dem BMI, von dem Innenministerium wurde unter anderem gesagt, dass das IT-Sicherheitsgesetz ja auf kritische Infrastrukturen abzielt und zum Beispiel nicht explizit auf den Mittelstand. Aber gerade im Mittelstand spürt man, dass man dort den Bedarf hat zu wissen, was bedeutet das eigentlich für mich? IT-Sicherheitsgesetz hat das Konsequenzen für mich? Und da freuen wir uns sehr, dass wir zwei Insider, zwei Experten hier für den Wort gewinnen konnten, den Herrn Professor Kempf und den Herrn Dr. Grün. Und ich würde Sie beide nacheinander bitten, in einem ganz kurzen Eingangsstatement zu sagen, warum Sie denken, dass das IT-Sicherheitsgesetz doch durchaus ein Thema auch für den Mittelstand sein kann. Vielleicht beginnen Sie, Herr Prof. Kempf. Ja, vielen Dank, Schonscheck. Es ist in der Tat eines der Probleme des jetzt in Kraft getretenen Gesetzes, dass diese Abgrenzung, wer denn davon betroffen ist, im Gesetz nicht vollständig vorgenommen wird. Das Gesetz verweist auf eine noch zu erlassene Verordnung. Zum Zweiten ist es aber so, dass das Gesetz, und ich befürchte fast auch die Verordnung, außer Acht lässt, dass vermutlich selbst dann, wenn irgendwelche Pflichten, die im Gesetz verankert sind, über die wir nachher noch sprechen werden, unmittelbar nur Großunternehmen treffen, diese Großunternehmen diese Verpflichtung natürlich in der Lieferkette durchreiten werden, sodass der kleine oder mittelständische Zulieferer möglicherweise über diese mittelbare Funktion in ähnlicher Weise oder in gleicher Weise betroffen sein wird. Ja, vielen Dank, Herr Prof. Kempf. Das zeigt also auf jeden Fall schon mal, dass kein Fragezeichen sein sollte hinter Thema für den Mittelstand. Es ist ein Thema für den Mittelstand. Und Sie, Herr Dr. Grün, vertreten ja insbesondere den IT-Mittelstand. Und aus Ihrer Sicht kurzes Eingangsstatement, inwieweit ist denn der IT-Mittelstand hier auch betroffen von dem IT-Sicherheitsgesetz? Ja, also zunächst einmal ist es ja so, dass auch schon von der Definition des Gesetzes her oft gesagt wird, der Mittelstand wäre ausgeschlossen. Tatsächlich ist aber ja nur ausgeschlossen der Mittelstand bis zu 10 Mitarbeitern. Das heißt also, 90 Prozent des IT-Mittelstandsumsatzes sind eben doch auch größere Mittelstände. Also insofern sind die erstmal per Definition tatsächlich betroffen. Ich stimme da auch Herrn Prof. Kempf zu, was das Lieferkettenproblem betrifft. Aber das viel größere Problem ist tatsächlich die Rechtsunsicherheit, dass wir im Prinzip ein Gesetz haben, wo wir nicht wissen, was hintersteckt, in einem dynamischen digitalen Umfeld, wo wir dann eine Verordnung staatlicher Art erwarten, alleine vom BMI. Also das ganze Strickmuster finden wir sehr gefährlich. Ja, vielen Dank. Herr Prof. Kempf, wenn ich zu Ihnen gerade nochmal zurückkomme. Verunsicherung im Mittelstand. Was hätten Sie sich gewünscht oder was würden Sie sich jetzt wünschen für die Rechtssicherheit? Was aus Ihrer Sicht wäre jetzt der Schritt? Ist es das, dass man sagt, jetzt möglichst schnell diese Verordnung oder was sollte dann die Verordnung auch schaffen? Und wie sehen Sie das? Ich will einen Satz voranstellen, damit nicht der Eindruck entsteht, dass wir nur kritisieren würden. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich qua Gesetz mit dem Thema Sicherheit informationstechnische Systeme zu beschäftigen. Das ist eine Aufgabe, die Staat und Wirtschaft gleichermaßen haben. Also deswegen haben wir die Initiative grundsätzlich begrüßt. Wenn wir jetzt Kritik üben, dann an Details, von denen wir glauben, dass man sie im Laufe des Gesetzgebungsprozesses irgendwie vergessen hat oder zur Seite geschoben hat. Beispiel Nummer eins, eine sehr globale Empfindung. Wir haben begonnen mit einem sehr kooperativen Ansatz. Staat und Wirtschaftsunternehmen, ganz egal welcher Größe, arbeiten kooperativ zusammen, um diese Sicherheit zu erhalten. Mit dem jetzt im Gesetz verankerten Thema Bußgelder, bei sehr niedrigen Schwellen relativ hohe Bußgelder bis zu 100.000 Euro. Das ist für einen Mittelständler mehr als nur ein Wort. Ich denke, das wird der Grünen bestätigen. Verlässt man, glaube ich, ein Stück weit diesen kooperativen Ansatz. Was hätten wir uns gewünscht? Eine im Gesetz enthaltene Definition der betroffenen Unternehmen, nicht in einer Verordnung. Verordnungen und Gesetze haben ganz unterschiedliche Entstehungswege und Entstehungsgeschichten. Und zum zweiten natürlich auch eine bessere Definition sicherheitskritischer Vorfälle bis hin zu Themen, wenn Sie an die BSI-Aufgaben denken, die im Gesetz verankert sind. Also es kann nicht sein, dass ein BSI ein Produkt, ein System, wir reden dort ja nicht nur von Produkten, quasi auditieren soll, dass noch gar nicht auf dem Markt ist. Und dann möglicherweise eine sicherheitskritische Meldung über ein noch nicht am Markt befindliches Produkt oder eine Dienstleistung rausgibt. Da muss man die Frage des Reputationsschadens schon mal deutlich artikulieren. Und jetzt schließt sich für mich der Kreis kooperativer Ansatz. Mit manchen dieser Details hat man den außer Acht gelassen. Ja, vielen Dank. Und wenn ich da aus einem Gespräch mit dem BSI was zitieren darf, da wurde auch gesagt, ja gut, gerade die Sicherheit, IT-Technologie entwickelt sich so schnell, dass man jetzt zunehmend versucht, in den Gesetzen so eben dieser BSI-Vertreter nicht zu speziell zu werden in den Aussagen, damit man das nicht immer im Bundestag wieder ändern muss. Wobei das jetzt unter uns gesagt, der Anwendungsbereich eines Gesetzes, wen es denn betrifft, da muss natürlich schon eine gewisse Bestimmtheit her, sagen wir in den Schutzmaßnahmen, dass man da dann entsprechend Anpassungen, dass man das über eine Verordnung macht, das ist ja wieder was anderes. Aber gut, das haben Sie, glaube ich, auch sehr klar gemacht, dass man da hätte einen anderen Weg wählen sollen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Wenn ich den Herrn Dr. Grün hier an der Stelle fragen darf, Sie hatten in einer Pressemitteilung sich auch geäußert über das Thema der Meldepflichten und hat noch auf eine Vielzahl möglicherweise Zunahme von Meldepflichten hingewiesen, während beispielsweise die Zürich-Versicherung kürzlich gesagt hat, eigentlich würden Sie sogar dafür plädieren, Meldepflichten noch auszuweiten. Inwieweit sehen Sie denn das Thema Meldepflichten und Mittelstand als mögliches Problem? Ja, also zunächst mal möchte auch ich nochmal vorweg schicken, dass wir natürlich auch es richtig finden, dass man sozusagen einen Schutz bringen muss, aller gegen Angriffe, aber auch gegen Ausfälle, was ja letztlich auch Thema der IT-Sicherheit ist. Vorweg ist für uns hier auch die Strategie eine falsche, also der strategische Ansatz. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass wir ganz wirklich schwierig finden, dass es im Prinzip in der EU, wir müssen eigentlich solche Dinge europaweit lösen und dass in der EU die EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit, NIS genannt, weit fortgeschritten ist und trotzdem Deutschland national hingeht und quasi vorweg galoppiert. Das sind Dinge, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können in der heutigen Zeit. Und das zweite ist eben der strategische Ansatz. Also sicherlich ist es so, dass man hier gemeinsam mit Wirtschaft und Staat etwas tun muss. Also stimme ich Herrn Kempf da auch zu, dass dieser kooperative Ansatz, also für uns schon am Anfang zu wenig war und jetzt natürlich stimme ich zu, dass es noch weniger geworden ist. Also die Idee muss eigentlich sein, wie kann man etwas wirklich gegen Angriffe und Ausfälle tun und nicht, wie kann man einfach jetzt, sagen wir mal, im ersten Schritt mit dieser Konstruktion auch noch, dass Dinge nicht im Gesetz stehen, sondern in Verordnungen erst später kommen, ja, mehr schaffen als nur ein Lagebild. Da bin ich sozusagen jetzt bei diesen Meldepflichten. Die Meldepflichten sind natürlich so, dass im Prinzip sie letztlich nicht wirklich helfen. Das heißt, es ist ja auch kein Mechanismus vorgesehen, was dann genau passiert. Das heißt also, ich melde, meinetwegen jetzt an die BSI-Meldestelle diese Dinge. Es hilft mir aber in der Sache nichts. Das heißt, es wird beobachtet, es wird vielleicht ein Lagebild angelegt, es ist unklar, was passiert mit diesem Lagebild. Unser Ansatz wäre eben vielmehr gewesen, ein anderer strategischer Ansatz, um eben zum Beispiel, ja, sowas wie die Allianz für Cybersicherheit fortzusetzen und eben mit Wirtschaft und Staat zusammen zu überlegen, wie man quasi an die Wurzel geht. Und wir bauen jetzt wieder ein, so ist mein Gefühl, großes bürokratisches Monster, wo letztlich völlig unklar ist, was es wirklich hilft. Also das ist eigentlich so dann das, was uns an diesen Meldepflichten, was man einfach nicht nachvollziehen kann. Vor allen Dingen, wenn man das dann im Verhältnis zu dem Aufwand stellt. Und ich möchte auch da noch eins sagen, wir hatten eben aus Gesprächen mit BSI berichtet, wenn wir auf der Arbeitsebene hier und dort mit dem BSI sprechen, dann wird einem tatsächlich Angst und Bange, dass gewisse Dinge nicht im Gesetz stehen. Ich sage da ein schönes Beispiel. Die Frage ist, wer gehört eigentlich zu Kritis? Wir reden über 2000 Unternehmen und dann gibt es also durchaus Menschen beim BSI, die sagen, naja, alles, was im Krankenhaus ist, also alles, was Gesundheit ist. Und wenn man dann nachfragt, ja, was ist denn mit der, sagen wir mal, mit der Software dort, die auch viel von IT-Mittelstädten geliefert wird, also mit der Abrechnungssoftware für die Krankenkassen oder für die Patienten oder was ist denn dann mit der Zeiterfassung? Da fällt nicht selten durchaus die Auffassung, und da sind wir auch so ein bisschen in dieser Lieferkette drin, ja, das ist selbstverständlich alles auch. Es gehört alles zum Gesundheit, IT, das fällt alles darunter. Und wenn wir in so einer Situation sind, dann glaube ich, dann kann das wirklich schwierig werden. Und dann sind plötzlich IT-Mittelständler betroffen, die vorher nur gesagt haben, ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, absolut. Also das ist auch ein Punkt, den ich gerne nochmal aufgreifen würde, und da vielleicht auch nochmal genau zu dem Punkt der Lieferkette, den Herrn Professor Kempf nochmal fragen würde, er hat das auch eingangs erwähnt, dass das Auswirkungen haben kann, so wie Sie, Herr Dr. Grün gerade gesagt haben, IT-Mittelständler, die auf einmal, weil sie im Bereich zum Beispiel Krankenhauswesen, Gesundheitswesen tätig sind, auf einmal in den Dunstkreis von Kritis kommen, wie kann man sich das, Herr Professor Kempf, vorstellen, dass das IT-Sicherheitsgesetz jetzt auf einmal die Lieferkette entlang geht? Was wäre da so ein Mechanismus, wo man als mittelständisches Unternehmen sagen muss, aha, auf dem Wege könnte mich das jetzt erreichen? Ich würde gerne zwei Dinge voneinander trennen wollen bei dem Thema. Zum Ersten die Abgrenzung der Unternehmen, die wir irgendwann in der Verordnung finden werden. Da fände ich es ganz wichtig, dass wir deutlich klarlegen, dass dort ein Unternehmen, das kritische Infrastruktur hat oder zu diesem Definitionsbereich gehört, nur dann dazu zählt, wenn es allein einen maßgeblichen Anteil an der Verfügbarkeit einer jeweiligen kritischen Infrastruktur hält oder wenn es in einen Verbund, nicht in eine Lieferkette eingebunden ist und im Verbund diesen maßgeblichen Anteil hat. Lassen Sie mich das an einem Beispiel machen. Wir alle sind sicherlich der Meinung, dass Trinkwasserversorgung in Deutschland eine kritische Infrastruktur ist. Aber das Wasserwerk bei mir um der Ecke, dass eine Gemeinde mit 5000 Einwohnern versorgt, ist wahrscheinlich, der betreibt die kritische Infrastruktur Wasserversorgung. Aber wenn der ausfällt, weil man sein Versorgungssystem informationstechnisch penetriert hat, Entschuldigung, dann sage ich es ganz flapsig, dann holen wir das Wasser auf der anderen Straßenseite. Da glaube ich, muss man ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Was anders ist, dieses Zurückgehen in der Lieferkette aufgrund einfach des Kunden-Lieferanten-Verhältnisses. Ein großer Kunde eines mittelständischen Unternehmers, wo der große Kunde ganz zweifelsfrei Betreiber einer kritischen Infrastruktur ist. Der wird bei wesentlichen Zulieferteilen, ganz egal wie groß der Zulieferer ist, sagen, lieber Freund, das garantierst du mir. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Betrachtungsebenen. Die gesetzliche, Klammer auf, die, die in der Verordnung geregelt werden wird und die faktische, die einfach aufgrund der Marktmacht des Kunden möglicherweise dazu führt, dass die Lieferkette entlang der mittelständische Zulieferer betroffen ist. Also sehen wir jetzt an dem schönen Erläuterungen sehr, man kann sich das bildhaft vorstellen, was eigentlich, wo man schauen sollte, was ist wirklich kritisch, was ist nicht kritisch und wie kann sich denn die Kritikalität denn plötzlich vererben, wenn man so möchte, entlang der Lieferkette oder auch einfach über Verträge abgewälzt werden, die Forderungen. Und da sehen wir also, dass man im Mittelstand schon das Thema, was ist eine kritische Infrastruktur und was nicht, also da ganz genau hinterher sein muss, um zu wissen, wie ist man betroffen, was kann das bedeuten. Und ich möchte aber in diesem Talk auch noch, weil das ist ein kleiner Exot, dieses Thema, was ich jetzt da ansprechen möchte auch, es wird über kritische Infrastrukturen geredet, Herr Dr. Brüden, die Frage würde ich gerne an Sie richten, da gibt es auf einmal was in dem IT-Sicherheitsgesetz, wo da manche überrascht waren und gesagt haben, was ist das jetzt plötzlich, da steht etwas mit geschäftsmäßigen Webseiten und ist das jetzt beispielsweise schon, das ist jetzt geschäftsmäßige Webseite, das ist schon mal das Erste, was manche umhaut, wenn sie das lesen, die sagen dann, ja toll, wir haben eine Webseite, unser Verein und um da irgendwas zu refinanzieren, haben wir auch eine Werbung draufgeschaltet, ist das jetzt geschäftsmäßig oder nicht, sind wir davon betroffen und was bedeutet das überhaupt, was hat das jetzt plötzlich da drinnen zu suchen, nicht jeder versteht sozusagen diese Struktur von dem IT-Sicherheitsgesetz, dass man da zig andere Gesetze mit ändert, wie zum Beispiel das Telemediengesetz und dann ist man, sagt man, was soll das jetzt hier, kritische Infrastruktur und Webseite. Welche Konsequenzen sehen Sie denn da einerseits für IT-Dienstleister, Herr Dr. Brüden und vielleicht auch für die Betreiber selbst? Ja, ganz kurz noch zum vorherigen Fall, also ich bestätige natürlich absolut, dass Sie da glauben, dass dieser Domino-Effekt in Herr Professor Kempke eintreten wird, weil es immer so ist, dass wenn ein großer IT-Anbieter letztlich irgendwelche Dinge zu erfüllen hat, das ist ja auch der Klassiker im Datenschutz logischerweise, dass man sozusagen den Domino-Effekt das einfach durchschiebt bis nach unten und dann landet es natürlich bei den ganzen Sub-Dienstleistern, die dann häufig mittelständisch sind. Ja, zu Ihrer Frage letztlich wird ja auch in den Medien immer viel, gesagt, es geht ja nur um die Kritis. Da haben wir jetzt einmal gerade festgestellt, dass das eventuell doch noch viel mehr betrifft, nämlich die ganzen, die da dranhängen. Das Zweite ist aber eben, dass tatsächlich das IT-Sicherheitsgesetz an so vielen Stellen andere Gesetze verändert, dass es auch eine andere Stoßrichtung hat, als, sagen wir mal, aus unserer Sicht immer beteuert wird. Und das ist genau diese Thematik, die Sie ansprechen. Das ist ja eine Änderung im Telemediengesetz, das geschäftsmäßige Betreiben von Webseiten, dass hier eben ein Schutz hergestellt werden muss, soweit technisch möglich. Die Frage ist auch wieder, was heißt jetzt soweit technisch möglich? Also hier ist tatsächlich so, dass auch hier ein sehr, sehr unbestimmter Rechtsbegriff ist. Eigentlich fast so ähnlich, wie wir das eben bei den Kritis hatten, wo die Rechtsbestimmtheit fehlt. Also eigentlich haben wir ein Gesetz, wo wir gar nicht wissen, für wen es gilt. Wir glauben, dass es tatsächlich so ist, dass hier eine neue Möglichkeit besteht, natürlich auch, ja, jeden, der eine Webseite betreibt, ich sage jetzt mal geschäftsmäßig, da muss jetzt sicherlich ein Richter mal entscheiden, was denn das dann heißen wird. Und sie nicht, soweit technisch möglich, was auch immer das heißt, schützt, kann er natürlich angegriffen werden. Sie müssen sich natürlich vorstellen, einen Mittelständler, der eine Webseite betreibt, jeder wird oder kann einmal gehackt oder angegriffen werden. Und wenn ich dann aber eben einen Geschäftspartner habe, hat der natürlich plötzlich eine neue Möglichkeit anzugreifen, also im Prinzip zu klagen. Und die Frage ist einfach, wollen wir jetzt hier eventuell Klagewellen oder irgend so etwas verursachen, indem wir so undeutliche Gesetze und unbestimmte Rechtsbegriffe in Gesetze wirklich haufenweise integrieren und das genau ist etwas, was wir nicht gut finden. Und übrigens auch wieder trifft das natürlich wieder nur, wenn ich eben, also ich bin nur in Deutschland betroffen und nicht europaweit. Das schlägt immer wieder durch, dieses Thema, dass wir hier ständig, wir jetzt gar nicht auf Vorratsdatenspeicherung und all die anderen Sachen oder freies WLAN zu sprechen kommen. Es ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar für uns, warum wir uns überall immer diese zusätzlichen Hürden aufbauen, die aber im Gegensatz dazu nicht viel helfen. Also wir glauben, dass dort eine Klagewelle kommen könnte, die natürlich wie immer verhältnismäßig mehr die Mittelständler betrifft, weil die eben nicht wie vielleicht ein großer Konzern ohnehin ihre Juristen, um das abzuwehren, gegebenenfalls. Also ja, vielen Dank für das Szenario, das Sie uns da geschrieben haben, dass man die Vorstellung hat, was das denn bedeuten kann. Auch die Hinweise darauf, dass man ein bisschen schauen muss, dass wir unsere deutsche Wirtschaft nicht durch bürokratische Hemmnisse im Vergleich zu anderen europäischen Staaten oder gar weltweit da ausbremsen, dass man, man muss natürlich da Maßnahmen ergreifen, das wissen wir alle, aber wir müssen halt auch harmonisch sein und definiert sein. Jetzt würde ich mal gerne an meinen Kollegen, den Peter Schmitz, geben und fragen, haben wir denn Zuschauerfragen schon, damit die wir auf jeden Fall auch einfließen. Ja, danke, Olio. Es sind tatsächlich schon ein paar Fragen reingekommen per E-Mail. Vielleicht die erste Frage an Sie, Prof. Kämpf. Was denken Sie, sind Änderungen zu erwarten, wenn die NIS-Richtlinie kommt? Oh, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich befürchte ja und unterstreiche natürlich das, was Herr Dr. Grün sagt. Es wäre eigentlich schon schön, wenn wir zu solchen Themen mittlerweile in Europa mit europäischer Gesetzgebung, ob nun Richtlinie oder in anderer Form, und den nationalen Themen im Gleichklang marschieren würden. Weil natürlich kurzfristige Änderungen, ganz egal, auf eurer Seite, die Unternehmen nur unnötig belasten. Und vor allen Dingen in der Zeit, wo wir unterschiedliche Rechtsrahmen haben, dies natürlich einfach ein Unding ist. Und wir da auch eine Disparität kriegen zwischen großen Unternehmen und kleinen mittelständischen. Ein großes Unternehmen kann vermutlich leichter mit unterschiedlichen Rechtsrahmen umgehen als ein Mittelständler. Der braucht einen möglichst einheitlichen Rechtsrahmen für sein Handeln. Okay. Nächste Frage passt eigentlich gut zu Ihrem letzten Statement, Herr Dr. Grün. Und zwar die Frage, welche Strafen drohen den Online-Shop-Betreibern durch das IT-Sicherheitsgesetz? Also zunächst mal, gut, über die Bußgelder hatten wir eben schon gesprochen, die waren aber eher im Kritikbereich. Ja, die Strafe, die droht ist, dass ich eine Klage bekomme, dass ich meinen Anwalt bezahlen muss und dass ich mich einfach damit auseinandersetzen muss und wir alle nicht wissen, was dann am Ende droht. Also ich kann das sehr einfach beantworten, damit er es nicht beantworten kann, weil ich es nicht weiß, weil es meiner Meinung nach kein Mensch weiß. Aber von den Möglichkeiten kann das ja durchaus für einen kleinen Mittelständler auch schnell mal existenzbedrohend werden, oder? Ja, selbstverständlich, weil es eben einfach für einen kleinen Mittelständler was anderes ist, wie ich eben schon sagte, wenn man also mit einer Klage konfrontiert ist, als eben für einen großen und auch, was Herr Professor Kempf sagte, dass wenn also die NIS kommt, wenn sie wird kommen, also diese europäische Richtlinie, das ist für einen Mittelständler tatsächlich eine Katastrophe, weil man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Halte ich mich daran oder halte ich mich daran? Das sind einfach alles Dinge, wo man als, sagen wir mal, pragmatischer Unternehmer fast nur sagen kann, naja, also mache ich dann gar nichts. Also ich sorge dafür, dass ich meine IT-Sicherheit versuche im Griff zu halten, wie vorher auch. Was mache ich denn dann? Also ich kann es Ihnen nicht beantworten. Okay, danke. Dann hier noch eine letzte Frage und ich glaube, die passt hervorragend eigentlich für Sie beide als auch ein gewisses Schlussstatement. Gibt es denn irgendwelche Vorteile für KMUs durch das IT-Sicherheitsgesetz? Ich mache jetzt mal den Anfang. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig von einem Gesetz zu dem Thema Vorteile zu erwarten für einzelne Unternehmen oder Unternehmensgruppen. Ich plädiere aber schon dafür, dass wir nicht außer Acht lassen, dass ein höheres Sicherheitsniveau für uns alle, ganz egal ob privater Konsument, ob Wirtschaftsteilnehmer eher klein oder eher groß, schon eine deutliche Verbesserung bringt. Um diese Verbesserung aber zu erreichen, muss es möglichst konkret sein. Und wir haben in unserem Talk halt bisher genau die Themen rausgegriffen. Einige der Themen, wo diese Konkretheit von uns angemahnt wird, aber im jetzigen Stadium nicht enthalten ist. Herr Dr. Grün, wie sehen Sie das? Ja, also positiv ist sicherlich, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Wirklich, denn das Problem, dass es einen Schutz geben muss gegen Angriffe und Ausfälle, das ist ja auch nicht hinreichend erkannt, gerade im Mittelstand, im Anwenden im Mittelstand. Insofern ist es gut, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist sicherlich etwas Positives, dass wir von der Form, wie es jetzt sogar schon Gesetz geworden ist, nicht viel halten, das hatte ich ja auch schon erläutert. Aber man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass wir jetzt nicht sagen, wir brauchen überhaupt keinen Schutz gegen Angriffe. Aber er muss anders gestaltet sein. Da hatte ich ja vorhin was zu der Strategie gesagt, an die Wurzel zu gehen und nicht nur Lagebilder zu schaffen mit riesigen Aufwendungen. Ja, vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Fragen. Wir haben jetzt, wie es aussieht, alle beantwortet. Vielen Dank an unsere beiden Talkgäste, Herr Professor Kempf und Herr Dr. Grün. Dankeschön. Wir haben gesehen, das IT-Sicherheitsgesetz ist sehr wohl ein Thema für den Mittelstand und es besteht immer noch konkreter Handlungsbedarf. Dieser Insider-Talk ist aufgezeichnet worden, wird in Kürze über unser Portal securityinsider.de und alle anderen Insider-Portale zum Abruf bereitstehen. Wir werden in Kürze auch einen Nachbericht dazu haben. Der nächste Insider-Talk findet ebenfalls live statt und zwar am 22. Oktober ab 14 Uhr. Dann mit dem Kollegen Florian Karlstetter, Chefredakteur Cloud Computing Insider als Ihr Host und mit einem aktuellen und wirklich spannenden Thema, Cloud-Zertifizierung, wo stehen wir wirklich? Ich bedanke mich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir sehen uns. Tschüss, auf Wiedersehen.